Du willst einen Beruf, der dir Spass macht, der spannend ist und dich an die schönsten Plätze der Welt bringt? Du willst mit deiner Berufsausbildung automatisch das Fachabitur machen? Du hast schon Abi und willst in drei Jahren ein duales Verbundstudium abschliessen? Dann ist die Staatliche Schule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau die beste Adresse für dich. Du kannst in drei Jahren BAföG gefördert, gleichzeitig Beruf und Fachabi oder Beruf und Bachelor in Tourismusmanagement abschliessen. Bis zu neun Monate Betriebspraktika weltweit sind inklusive. Und die ganze Breite der Hotellerie und der Touristik stehen dir nachher offen. Informiere dich unter www.tourismusschule.info Starte dein Abenteuer in die spannendste Branche der Welt.